Und damit herzlich willkommen zu alle Wasser-Shiny-Pokémon kurz bewertet. Wie immer, hier geht es lediglich um die Shiny-Form, nicht um das Pokémon Normal und wie ich dazu stehe, sondern lediglich wie ich halt die Shiny-Farbe in, ja, Bezug zur normalen Farbe sehe. Auch ganz wichtig, es kommen hier nur die Pokémon dran, die den Wassertypen als Primärtyp haben. Alle die, die ihn als Sekundärtyp haben, kommen in ihrem jeweiligen Video dran. Ich würde mich jetzt sehr über eine positive Bewertung freuen. Lasst auch gern ein Abo da, falls ihr es noch nicht dagelassen habt. Let's go! Not gonna lie, so dieser grüne Panzer sieht bei Shiggy noch echt cool aus. Ich bin nicht unbedingt der größte Fan von Shilocks lila Haut und des dunklen Panzer vorne, nee. Also Tootock sieht da noch wieder ein Stückchen besser aus als Shilock, aber, weiß nicht, Shiggy steht da echt besser. Bei Mega Tootock wiederum, muss ich sagen, kommt es nochmal ein Stückchen besser rüber. So, da weiß ich, da ist das Lila auch nochmal so ein bisschen kräftiger, aber, na, geht besser. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, in Giga Dynamax sehen alle Farben irgendwie auch so ein bisschen verwaschen aus. Shiny Anton, ich meine, come on, es sieht ein bisschen aus wie eine eingefrorene Ente, das tut mir leid, aber es sieht halt einfach super gut aus. So, ich weiß, es kommen erstmal die japanischen Namen und dann kommen natürlich erst später die englischen Namen und dann noch später wahrscheinlich die deutschen Namen. Allerdings muss ich sagen, so, das Ding heißt halt im Englischen Golduck und das wäre schon lustig gewesen, wenn Enteron Gold gewesen wäre. Vor allem, es hätte sogar ein bisschen Sinn ergeben, weil Enteron ja gelb ist und Enteron wird dann blau. Das heißt, die wechseln einfach ein bisschen die Farben. Das heißt, wir hätten zumindest ein gelbes Enteron kriegen können. Das hätte echt besser gepasst. Ich muss sagen, ich finde tatsächlich Shiny Tentara ganz cool, weil dieses Pink, kann man erst Pink nennen, ja, sehr verwaschenes Pink, erinnert mich ein bisschen an die Quallen aus Spongebob. Ja, die grünen Punkte sehen bei Tentoxa einfach cool aus, muss ich sagen, so, ich weiß nicht. Vielleicht hätten die Ranken oder so oder die Tentakeln wahrscheinlich eher noch eine andere Farbe gebrauchen können, aber es sieht ganz cool aus. So, Armin, ich liebe es, dass Yurob die Zunge rausstreckt, aber das ist halt nicht mal so ein schönes Gold. Ich weiß, wer sich jetzt ganz genau freut, dass Yugo keine neuen bekommen hat, aber ja, die Shiny-Form ist halt echt nicht so. Ich weiß nicht, diese Orange, Bronze, was ist das für eine Farbe? Also, es sieht cool aus. Ich weiß nicht, es steht. Wahrscheinlich kann es sein, dass es das vielleicht sogar wirklich in einer echten Welt gibt, so diese Muschel-Form. Natürlich, in meinen Muscheln gibt es noch eine Farbe oder so, aber es sieht cool aus. Ich muss sagen, ich glaube, ich würde Austaus noch cooler finden, wenn es die gleiche Farbe wie Mushas hätte, aber Armin ist es fein. Da, dieses Grün-Gelb-Goldliche sieht bei Krabbi nicht so nice aus. Kingler sieht irgendwie ein bisschen schimmlig aus. Hat aber was. Tatsächlich muss ich wenigstens sagen, bei Giga-Dynamax-Kingler sieht das Grün wenigstens nicht so verwaschen aus, sondern eher noch wie bei Kingler. Das geht fit. Ja, nee, ist halt nur ein bisschen anders. So, Armin, man merkt, finde ich persönlich den Unterschied noch ein bisschen mehr bei Goldking, aber hätte man auch mehr machen können. So, Stern-Du ist halt so, ja, weiß nicht, ein Durchschnitt. Okay, ich weiß, eigentlich hätte Starmie wahrscheinlich ein paar mehr Punkte verdient, aber das 3D-Model hat mir echt Starmie generell kaputt gemacht, was die Farbe angeht. Yo, es ist ein goldenes Karpator. Es ist iconic, kann man nichts anderes sagen. Es sieht aber auch gut aus. Gleiches mit Garados, natürlich so diese rot-blauen Swaps, die kommen häufiger vor. Muss allerdings wirklich sagen, Garados war so ein bisschen, glaube ich, war es nicht sogar der Erste, der das so ein bisschen so richtig krass gebracht hat. Vor allem, weil, ja, Gen 2, rotes Garados, Mainstream, man wissen es alle, aber es sieht gut aus. Gleiches halt für Mega-Garados. Ich meine, ist da wesentlich nicht so ein Riesenunterschied. Dieses Lila bei Lapras sieht echt nicht bad aus. Auch in der Giga-Dynamax-Form finde ich das nicht bad. Ich weiß nicht, aber viele Pokémon sehen in Lila so einfach cool aus. Oder ist das eher so pink, pink-Lila? Ich bin ja der Mann, tut mir leid. Ich kann Farben nicht so sehen wie wahrscheinlich die weiblichen Zuschauer hier. Was ich bei Kanimani echt mag, dieses Grün passt noch richtig zu dem Grün eines Krokodils. So, bei Tyrakok sieht es schon ein bisschen heller aus und dementsprechend nicht mehr ganz so nice. Bei Impergator sieht es an sich ja noch cool aus, aber wäre das Grün vielleicht noch ein bisschen mehr Alligator-mäßig, dann wird es echt viel besser aussehen. Ja, Lampi ist jetzt nichts Besonderes. So, Armin, ich mag es, wie gesagt, wenn Pokémon so lila werden, weil ich finde es eine coole Farbe. Aber auch bei Lanturn haben sie echt im 3D-Model die Farbe allgemein verkackt. Ich bin sehr froh, dass sie Meryl in der Shiny-Farbe nicht gelb gemacht haben, weil, come on. Sonst würden die Leute wirklich glauben, Meryl sei ein Pikachu-Klon. I mean, Azu-Meryl ist das wenigstens, aber hey, das goldene UI ist ein Classic. Das sieht nicht unbedingt anders aus. Das sieht auch nicht so krass anders aus. Das sieht krass anders aus, aber, ja, ist okay. Ich muss sagen, ich finde das echt sexy. Come on, also, es ist eine sehr coole Kombi. Das Ding ist, ich liebe Felino, aber die Shiny-Farbe sieht bei dem nicht so aus. Sieht aus, als wäre es so ein bisschen so ein Pink mit einem Braun gemischt worden. Sorry, ich habe echt kein hochauflösenderes Bild gefunden. Aber, hey, come on, es ist Mollard und ich bin sehr froh, dass ich dem normalen Mollard tatsächlich mindestens, glaube ich, gleich viele Punkte geben konnte, wie auch dem Shiny. Es ist cool. Ja, nee, du bist ein bisschen ausgegraut. Larmus wiederum cool. So, vielleicht noch der Muschel eine andere Farbe, aber sonst ist es cool. Sei froh, dass ich jetzt dich nicht bewährle als Pokémon, sondern nur deine Farbe. Weil Farbe ist cool. Ich meine, halt die gleiche wie bei Larmus. Aber, ja. So, Lusho King sieht ein bisschen aus, glaube ich, als wäre er in der Sonne gewesen. Ja, come on. Jungs, Mädels, ihr wisst, ich mag pinke Pokémon. So, sorry. Und ich weiß, es gibt nicht viele, die Corazon überhaupt mögen, aber die Shiny-Farbe ist eine 10 von 10. Ich finde, die passt zu Corazon tatsächlich noch ein Stück besser als zu Anton, weil dieses Weiß da noch ein bisschen mit rein harmoniert. Corazon ist super sexy. Hätte man Remorite-Gold gemacht, dann wäre es so eine goldene Pistole gewesen. Ich glaube, das hätte was gehabt. So ein Octillery, das sah in Rot echt besser aus. Ich muss sagen, ich mag dieses Grünliche bei Sepa echt. Und ich finde es super schade, dass man das bei Seemon weggenommen hat. Und auch, wenn ich bei Seedra King auch natürlich wieder dieses Pink-Linamäßige mag, das Grün von Sepa hätte nochmal besser ausgegeben und dann hätte es, glaube ich, einen neuen bekommen. Das Ding ist, ich muss halt sagen, ich stehe halt auf blaue Haare. I guess sorry, not sorry. Ich werde nichts zu dieser Reihe sagen, außer, dass sie cool aussieht. Und ich muss sagen, es tut mir leid, ich weiß, ihr denkt jetzt vielleicht so, der hat dem nur 6 Punkte gegeben, weil es Morable ist. Könnte vielleicht ein bisschen recht haben, aber ich finde, dieses Pink steht Morable nicht so gut wie Hydropi. Und erst recht nicht wie Sumpex, weil jetzt sind wir in einem brutalen Modus langsam angekommen. Und brutale Pokémon mit der pinken Farbe feiere ich. I mean, Popeye. Sieht gut aus. Ich finde die Kombi irgendwie super cool. Auch dieses Grün sieht irgendwie echt cool aus. Äh, nee, also, na. Komm. Ihr hattet die Möglichkeit, das Fell so zu machen wie Luturzels Haut. Ihr hattet die Chance, das, was weiß ich, die Farben irgendwie zu invertieren oder so. Äh, äh. Äh, I mean, ja, du bist eine Ananas, aber, come on, es gibt doch bestimmt irgendeine Ananasfarbe. Ja, Wingal ist halt jetzt einfach grün. Äh, so. Okay. Bei Pelipper finde ich es immer ein bisschen cooler. Sieht man es immer ein bisschen mehr. Aber, ja, ist okay. Oh, ich mag diese Kombi aus diesem Grün und diesem Türkis. Das, irgendwas hat das. Und, ja, komm, hier. Es tut mir leid. Klingt gescheit, nicht die brutal sind. Gleich ist einfach hier. Jetzt sieht es halt wirklich aus wie ein Hubba Bubba. Und jetzt sieht es aus wie ein großer Hubba Bubba. Du bist halt in allen Belangen einfach Durchschnitt. Muss sagen, da habe ich das Goldene von Schmerbe echt ein bisschen mehr gemocht. Muss sagen, es kommt nicht so bad rum, dieses bisschen andersfarbene Rot. Aber, ja, geht besser. Vor allem, weil das vorher was weiß war, jetzt so ein bisschen Gold schimmert. Und, na, es passt nicht ganz so wiederum. Gleich ist es nicht aus. Ja, nee, tatsächlich, ich liebe Crebutac. Aber, mhm, das Grau. Na, da hätte man so viel mehr machen können. Die Handtasche wiederum sieht echt cool aus. Ja, und dieses Gelb bei Mello, es sieht halt anmutig aus. Das ist schon cool. Ja, wir steigern uns wirklich mit Formeo, glaube ich. Aber tatsächlich finde ich dieses grüne Ding, also sein Kopf, in diesem Art Wassertropfen, ich finde, das hat was. Perlu hat einfach so eine schöne, kräftige, violette Farbe. Es sieht gut aus. Hätte man Alabis nicht vielleicht einfach die Farben von Saganabis geben sollen? Und dann hätte man Saganabis einfach die Farben von Alabis geben können. Das Zürkis kommt bei dem Ding nicht so gut. So weiß ich nicht. Hätte man das nicht eher komplett ausgrauen können? Das hätte, glaube ich, zu so einem antiken Pokémon so ein bisschen eher gepasst. Dass ein Libiskus mal sieben Punkte bekommt, dafür musste man das schon Gold machen. Come on, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber es sieht gut aus. Ich weiß, ich weiß, es ist auf einmal schwarz. Und ich finde auch diese Kombi mit diesen lila Endflossen super cool. Aber da hat es tatsächlich für mich ein bisschen das Pokémon kaputt gemacht, dass es einfach dann in der Scheide umgeändert haben in schwarz, weil... Lass das doch pink. Ja, Plinfa, meh. Pliprin, meh. So eine Poleon auch eher so meh, muss ich sagen. So, ich mag diesen weißen Rettungsring, aber... Ja. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ich finde, der weiße Rettungsring hat da ein bisschen was. Ich hätte da Hautfarbe noch vielleicht einen bisschen anderen Tant gegeben. Aber, hm. Ja, die Chalellos sehen nicht so krass aus. Wäre es eine gute Idee gewesen, auch die Chalellos und die Gastrodon einfach umzufärben von den Farben? Oder, ja, ich weiß nicht, hätten die dann sonst zu krass gleich ausgessehen? Weil ich muss immer noch sagen, ich finde, bei Gastrodon sieht man nicht so einen Riesenunterschied. So, ich meine, ja, okay. Und das andere sieht halt auch relativ ähnlich aus. Es gibt nicht so krass viele krasse Unterschiede, so, also, hm. Nee, aus Finion, da sieht es nicht so nice aus. Auch Luminion, ich finde, dieses Braun steht dem gar nicht. So, weiß nicht, Braun ist keine anmutige Farbe. Luminion hätte irgendwas Krasseres kriegen sollen. Ja, dass Türkis bei Mantips geht. Mantips ist halt nur ein bisschen anderes Blau und ich finde, das sieht nicht so nice aus. So, an sich mag ich Palkia, aber die Shiny ist boring. Fione? Nee. Selbst Manafie, ich mag Manafie, aber meh. Sotaro erinnert mich irgendwie ein bisschen an Chopper. Ich weiß nicht, warum. Wegen der Nase. Wobei ja Chopper eigentlich eine blaue hat. Aber, hm. Ja, ist okay. Muss sagen, ich mag es, auch wenn ich Swat Ronin vielleicht wirklich so eine Ronin-Rüstung farbenmäßig gegeben hätte oder so generell so Samurai-mäßig. Ja, ich glaube, da hätte man ihm wirklich schwarze Sachen geben müssen, so ein schwarzes Schwert hätte halt schon cool ausgesehen. Ich mag dieses Türkis echt. Ich finde, das sieht bei Soda mag echt gut aus. Wiederum haben sie bei Soda Cheetah komplett reingeschissen. Das Gold von Schallquap. Yeah. Ihr macht's gerade echt ein bisschen kaputt. Äh, ja. Es sieht aus, als hätt's Kackflecken. Näh. Näh. Galapafloss ist cute. Und die Farbe so ein bisschen heller zu drehen, so in dieses Türkise, finde ich auch eine gute Idee, aber da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen können. Ja, nee, weiß nicht. Bei Caripa ist eher meh. Das ist halt legit kein hässliches Entlein. Ich find den Schwan da nicht unbedingt hübscher. Hm. Ah. Don't know. Ist nicht meine Farbe. Das ist halt schon eher meine Farbe, muss ich sagen. Wiederum muss ich sagen, das sieht so gut aus bei Apokalypia. Und auch beim Männlichen, männlich und weiblich einfach, die sehen so viel besser aus als ihre Vorentwicklungen. Respekt für diesen Lidschatten. Aber ohne Witz, es, es sieht, ich weiß nicht, es gibt wenig Pokémon, die, finde ich, in der Shiny-Farbe so gut aussehen wie Marmorine. Bis heute nicht released. Und ich find's echt schade. Ist ja basically das Gleiche. Ich meine, dieses Weiß bei Froxy, ne. Gleiches für am Fizzle. Ja gut, können wir leichter packen. Sorry, tut mir leid. Gleiches für Ashgren. Sorry, es muss sein. You know, ein roter Scampi, das ist halt schon cool. Und Wummer kriegt mal wieder eine 10, weil nicht nur, finde ich, diese Kombi aus diesem generell, aus dieser roten Schale und diesen blauen Schalenenten sieht sehr gut aus, sondern es hat halt auch die Bedeutung, weil Hummer halt rot werden, wenn man sie kocht oder so. Das ist halt schon cool. Ja, Poplio. Marikeck find ich da noch schlimmer. I mean, es hat die Haare schön, aber okay. Ich bin kein Sardinen-Fan. Auch wenn du Big Boy bist, ne. Wiederum, Arakvanit sieht echt cool aus. So, auch Aranestro, diese lila Beine stehen in diesem Ding einfach. I mean, jetzt ist die Seegurke, I don't know, gurkenfarbig. Knirrfisch sieht echt cool aus. So, das ist so eine unerwartete... Ich hätte die Shiny-Farbe nicht erwartet, aber sie hat sie und ich finde es cool. Ja, come on. Also, ich muss sagen, es gibt Pokémon, da sieht das Schwarz tatsächlich nicht so nice aus. Freuen wir uns drauf, wenn wir wahrscheinlich dann zu den Elektro-Pokémon kommen. Aber Kime steht's. Wiederum, Memeon, eher nicht so. Fleckleon, ne. I mean, das Weiß kommt tatsächlich ziemlich cool, was da noch so eine Art bisschen Butler-mäßig hat oder so. Ja, und das Problem halt einfach ist, ich sehe die Farben nicht. Das ist so hoch. Kami-Hab super cutie und ich finde, dieser Grünton sieht einfach so gut aus. Ey, dieser Grünton sieht immer noch nice aus. Nicht so geil wie bei Kami-Habs, aber trotzdem nice. Auch in der Giga-Dynamics-Form sieht es noch cool aus, aber ich finde es nicht mehr so cool. Da sieht bei der Normalform besser aus. Ja, mhm, ne. I mean, ich liebe den Propeller-Fisch, aber die Shiny-Farbe ist echt langweilig. So, Pescagon, komm bitte nicht mehr ins O-Yo zurück, du bist fucking broken, aber deine Shiny-Farbe ist cool. Pesca-Gridor hat ein bisschen gelitten. Der ist ein bisschen weißer anstatt ein bisschen dunkler. Seht immer so gut aus. Damit wären wir auch ein Ende von dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde mich, wie gesagt, sehr über eine positive Bewertung und über ein Abo freuen. Man sieht sich dann hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.